Na, wie denn? Ich könnte mir zwar schnell das Internet tun, aber meine Eltern weigern sich einfach dagegen. Weißt du, obwohl wir jetzt mehr Geld haben... Das ist nicht möglich in unseren Gefilden. Kommst du mal kurz, Max, siehst du mich hinter dir? Sonst hätte ich schon... Siehst du mich? Ich bin genau hinter dir und schlag dir gerade deine Birne ein. Sonst hätte ich schon 10.863 Millionen Carbit-Leitung. Aber... Oh, oh, oh. Dank deutscher Telekom. Also ich weiß nicht, wie lange der Spastik jetzt hier noch laden will, aber... Es geht aber auch gar nichts. Ich kann ja auch nichts abbauen, nichts. Löck dich nochmal neu ein. Hey, Max, komm mal bitte kurz zu dem Punkt, wo ich vorhin abgebaut habe. Die ganzen Sachen, die spawnen gleich und das ist einiges. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Bist da drüben, ne? Ja, über die Brücke und dahin ist so ein Riesenbaum. Und da sind einige Sachen von mir. Kleinen Moment. Ich komm gleich. Das ist krass, ich kann sogar die Blöcke abbauen. Aber ich kann sie nicht aufnehmen. Ja, weiter, weiter, weiter. Geradeaus. Da liegt einiges. Ja, weiter, weiter. Okay, alles. Kannst du noch ein bisschen... Da oben im Baum liegt auch noch einiges. Ich meine, ich zerstöre uns alles, die ganzen... Ja, ich müsste jetzt drankommen. Hast du's? Ja. Gut, dann jetzt geht's jetzt ab zum Haus. Okay, du hast dein Gesicht am Bein. Lol, siehst du mich jetzt? Ja, ich seh dich und dein Skin ist total... Bäh. Egal, es ist Nacht, komm, lass schnell ins Haus gehen. Du stehst du zwar immer noch rum? Lol. Auf dem Baum. Na, ich stehe nicht mehr rum. Ich muss mal kurz reconnecten. Nee, das sieht an mir, das sieht an mir. Das sieht an mir. Ich kann auch nicht ins Bett gehen. Dann reconnecte ich kurz. Wir haben schon fast vier Stunden... Wir haben schon fast vier Stunden Aufnahmenmaterial. So, jetzt. Ich bin drauf. Und mein Spieler steht ja immer noch einfach so rum. Es ist einfach witzlos, ey. Naja. Du bist auch... Grandios, erledigt die Welt nicht. Erledigt die Welt nicht. Du stehst bei mir gerade einfach nur so rum. Lol. Boah, Alter, ich hasse dieses Scheiß, ey. Und warum? Weil meine Mom sich wieder aufklucken musste. Na gut, ich bin jetzt... Am Bett und kann da immer noch nicht reinsteigen. Äh... Er hat's jetzt bemerkt, dass du zweimal geliftet hast. Dann müsste ich jetzt eigentlich gleich mal... Stehst du gerade einfach nur so in der Landschaft rum? Okay, jetzt hast du dich bei mir bewegt. Jetzt steht's auch bei mir da. Okay, dann müsste es eigentlich gleich wieder gehen. Jo. Außer das meine ganzen Sachen, die ich mir selbst abgezogen habe. Rein theoretisch könnten wir das machen, sobald ich einen Diamanten hab, immer diesen Bug. Dann töte ich mich selbst. Und dann... Sammels einfach Diamanten ein. Da farben wir die Diamanten einfach mal nach oben. Ja, ja. Aber du wolltest doch nicht cheaten. Nein, wollte noch nicht. Max, guck mal ganz kurz, äh, hinter dich. Siehst du mich? Nein. Okay, dann geh doch mal. Achtung. Ich bin jetzt... Links neben der Leiter ist ein Block, ja? Den baue ich gerade ab. Der ist abgebaut. Bei mir. Nö. Guck mal. Leu, der ist unsichtbar. Es geht nix gerade bei mir, ey. Nix. Ich kann nicht, äh... Ich kann gar nix. Startet dein Minecraft nochmal komplett neu. Ja, mach ich auch ganz. Boah, Mann, ey. Perfektes Drecks. Hard to end it for the win, ey. So bezeichnest du auch. Okay, start, starting launcher. Er loading, er, äh, play offline, was? Was stand da gerade von play offline? Keine Ahnung. WTF? Ja, das... Mein Server ist doch auch offline zugänglich, aber... Okay. Wenn's nicht sein muss, dann muss man ja nicht offline playen, ne? So, nochmal. Äh, ich connecte. Ich melde mich an. Du bist da? Jetzt. Jetzt bist du bloß einmal angemeldet, jetzt geht's. Äh, ja, jetzt ist das Problem, dass ich die ganzen Sachen zwar abbaue, aber da nix rauskommt. Ich kann die Sachen wieder nehmen, noch tragen. Ich mach's ja auch schon mal den Bug, dass das verzögert dann. Wie lang in etwa? Äh, paar Sekunden. Lol, jetzt, jetzt bin ich vom Baum runtergefallen, jetzt, jetzt. Ja, okay, jetzt klappt's wieder. Und du hast wirklich meine ganzen Sachen? Ja, ich hab alle in die Kiste gelegt. Das ist voll buggy. Das ist richtig buggy. Ich hab bei mir. Soll ich dir was sagen, Max? Ich hab nämlich genau meine selben Sachen nochmal. Tja, freu dich. Das wird, weißt du, warum das voll geil ist, Max? Weil jetzt haben wir im Prinzip einfach nochmal meine Sachen verdoppelt, ey. Somit auch doppelt Holz. Ja. Weil die 19 Holz gibt's jetzt gleich nochmal obendrauf. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu wenig Glas. Kein Ding, wir können ja wieder Sandfarmen gehen, das geht ja schnell. Hm, weil das wird ja ein bisschen viel hier und wir brauchen das Ganze doppelt, ne? Hm. Was ist eigentlich langsam wieder Nacht? Oder täuscht mir, oder ist das nur so bei mir? Nein. Täuscht. Okay. Äh, soll ich mal wieder ein Thema vorlesen? Ja. Ähm, hier ist eine Frage, was macht ihr in den Herbstferien? Lass uns überlegen, also erste Woche fliege ich in meiner Family auf Malle, deswegen produzieren wir auch jetzt vor. Nice. Hoffentlich treffe ich dich nicht, ey. Ich wollte gerade dasselbe sagen. Das heißt doch kein Ding. So. Leute, was hab ich denn für den geilen Minecraft-Skin, ey? Wenn ich auf Inventory drücke, ja, dann hat bei Minecraft-Spieler so ein Holzkopf als Skin. Läuft bei dir. So richtig, skerp. Lol, ich seh da hinten, lol. Wir müssen dann auf jeden Fall die Welt weiter erkunden. Hast du eigentlich mit Servern ge- äh, mit, äh, Dörfern gemacht? Müsste sein, jo. Hier sieht man nämlich, wie das eine Biom ins nächste geht. Von dieser Winterlandschaft ist ja gleich nebenan so eine richtig fette Wüste im Prinzip. Nenn ich Wüste, aber so... Ja, wollt nur so abgestorbenes Gras, das weißt du? Die wollten's eigentlich fixen, dass sowas nicht mehr nebeneinander ist, aber... Ne, da waren's zu dumm zu, ist ja Microsoft. Na, hör mal, das ist Microsoft, da was, da hattest du? Sonst, warum kaufen die das eigentlich? Weil die das bezwecken. Kohle. Minecraft ist das Spiel. Aber die geben ja Kohle aus, dafür. Ja, die kriegen's aber noch gar nicht mehr rein. Und die kriegen, ich denke mal, die denken, dass sie das damit wieder rein kriegen. Wollen die das dann genauso teurer machen, wie ein... ...total abspackendes, total unnötig funktionierendes Windows? Ja, klar. 200 Euro für Windows 8? Und du weißt ja, wie Windows 8 aussieht, ne? Scheiße, und es funktioniert nicht richtig. Mein Gott, ganz meine Rede. Du nimmst mir die Wörter aus dem Mund, schmecken sie dir wenigstens. Ja, klar. Nehmen wir alle unter euch zuschauen, ja, wer mit Windows 8 rumrennt, ist entweder geistig behindert, oder der weiß nicht, worauf er sich eingeladen hat, und hat noch nie mit Windows 7 was gemacht. Genau deswegen kaufe ich mir ein MacBook. Windows 7 ist einfach Beste, ey. Okay, nix geht über Windows 7. Weil PC mit Windows 8 tue ich mir nicht an. Na, würde ich auch nicht machen. Dann lieber Mac. Auch wenn's teuer ist, aber... Wenigstens besser. Tatadaa, so. Max, wir können dann direkt vor unserer Haustür so eine Art Baumfarm machen. Gute Idee. So, einziges Problem, ich hab jetzt hier so einen Erdrand, und den muss ich irgendwie noch wegkriegen. Äh, bau ihn ab. Problem ist bloß, dass da drüber Holz ist, und ich kann ja nicht drunter, weil... Also, wenn du jetzt noch bei so bist, könntest du grad noch so drumrum bauen, würde ich sagen. Also, wenn du nicht aus Holz draufstellst. Aber das musst du jetzt sofort machen. Sonst kriegst du das später nicht mehr hin. Mal gucken. Geht mehr schlecht als recht, aber geht irgendwie. Ich ziehe erst die eine Schicht hier rum, und dann... So, ich hab jetzt fast einen ganzen Stack voll. Ich versuch dann auch irgendwie, den Verein mal das Abos Special fertig zu schneiden. So ein Best Office, oder was? Ja. Na gut. Vielleicht schaffe ich das im Flugzeug, wenn die Batterie meines Laptops das mitmacht. Was hat er bisher so für Szenen? Ähm, wir haben einfach alles Mögliche rausgeschnitten, was grad lustig war. Okay. Am meisten sind Brick Force Szenen da, naja. Ja, es ist auch einfach so ein Brick Force. Ja, Brick Force sind A, die meisten Videos, und B, habe ich da auch mit meinen Leuten die meisten Spaß. Im Prinzip, die 161 Abonnenten sind ungefähr 120 von Brick Force, wenn's reicht. Weil ich im Brick Force einfach so einen fucking hohen Rang habe, und einfach auch saulustig bin, und einfach guter Let's Plays. Also jetzt so nicht guter Let's Plays vom Commentary her machen, sondern auch spannender Let's Plays so 2O2-mäßig. Und allein deswegen haben wir nur so viel. Okay, Max, ich hab jetzt einen Stack voll. Genau einen Stack. Ich mach da ganz kurz alles, was draus. Ah, so. Hätte ich auch gleich Holz nehmen können. So, ich bin unterwegs. Also Max, einmal für dich, für dich, für dich, für dich. Du schmeißt das gerade alles nach unten, ne? Bist du blöde? So, als sag ich dem Scheiß wohl hinterher, oder was? Ja. Na super. Außerdem kannst du da unten gleich noch meine Erde aufsammeln. Als ob ich die Erde aufsammle. Aber immerhin da unten liegen die ganzen Stacks, die ich gerade runtergeschmissen hab. Vier Stacks müssen es sein. Eins, zwei, drei. Ja, okay, ich hab jetzt vier Stacks. Problem ist, ich darf die Rotz wieder außenrum hochlaufen. Da müssen wir echt mal eine Direktverbindung machen, so leitermäßig oder sowas. Im Berg drin was? Einmal so durch den Berg, weißt du? Ja, in den Keller rein direkt. Ja. Mit Geheimgang. Ja. Okay, ich muss ganz kurz wieder raus aus Break... Äh, aus Breakforce, verdammt. Aus Minecraft. Weil? Eldies. Achso. Dann, meine lieben Zuschauer, komm ich auch sofort wieder. Ich mute mich nur ganz kurz. So, Freunde der mäßig guten Unterhaltung. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Weil über uns schwebt eine Wolke. Und, äh, da sieht man halt nicht viel. Ey, bei uns auf der Etage ist gerade wohl Track Gangmengen, die ganze Familie ist oben auf meiner Etage. Was tun die da? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall stören. Och, das tun die gewöhnlich. Hm. Ebola-Patient trug Schutzkleidung. US-Pflegekraft infizierte sich offenbar trotz aller Sicherheitsmaßnahmen. Lass mal darüber diskutieren. Orte vom Meteorit getroffen. Bomben aus dem Allland gleich zweimal in kanadischer Kleinstadt. Lass mal über Ebola-Zombies reden. Ja, pass auf. Ich schlage dir noch, ähm, ein Thema vor. Und zwar FC Bayern schwimmt im Geld. München freut sich über Rekordumsatz von über halbe Milliarde Euro. Das hatten wir heute auch schon als Frage drin. Wir sollen über Ebola-Zombies und Zombie-Apokalypsen sprechen. Ja. Dann sprechen wir mal darüber. Also, äh, ich nehme jetzt mal an, dass du dieses Thema willst, ja? Ja. Gut. Also meiner Meinung nach denke ich mal, dass ihr, also erstmal ist Ebola natürlich völlig überhypt. Weil ohne Spaß, es sind ja jetzt schon viele Opfer zu Tode gefallen. ist natürlich eine unheimlich schwere Krankheit. Aber. Ja, aber. Krebs ist mindestens genauso schlimm, wenn ich sogar...